Herzlich willkommen zu meinem Auftakt-Video zu meiner neuen Reihe Grenzgänger. Diesmal bin ich nicht mitten in Osteuropa, sondern mitten in Hessen. Genauer gesagt in Mittelhessen, an der Stadtgrenze von Lich. Das ist nur wenige Kilometer von meinem Zuhause entfernt und eigentlich bin ich hier relativ selten, obwohl es so ein historischer Ort eigentlich ist. Was hier so besonders ist an der Stadtgrenze von Lich, was das Ganze mit Grenzen zu tun hat und vor allem mit Osteuropa, jetzt hier bei Kalinka History. In den letzten Wochen bin ich viel durch Osteuropa rumgereist. Bin vom Baltikum bis auf den Balkan gefahren. Wenn es interessiert, unten in der Videobeschreibung gibt es den Link. Zu meinem Reiseblog könnt ihr alles nachlesen. Mit vielen Fotos, falls euch interessiert, schaut gerne mal rein. Auf der Reise sind mir viele kuriose Grenzen aufgefallen. Vorher schon auf Google Maps, als ich meine Reise geplant habe. Und vor Ort habe ich die dann aufgesucht. Das fand ich so spannend, dass ich dachte auch, warum machst du nicht mal eine komplette Videoreihe zum Thema Grenzen in Osteuropa. Doch was gibt es hier so Besonderes in Lich, in Mittelhessen? Beim Thema Grenzen kam mir sofort ein Stichwort in den Kopf. Ein Stichwort, das die meisten von euch aus dem Matheunterricht kennen müssten. Limes. Limes ist der Grenzwert einer Funktion. Aber nicht nur das. Limes bezeichnet auch die wahrscheinlich bekannteste historische Grenze überhaupt. Und zwar die Grenze zwischen dem Römischen Reich und Germanien. Hinter mir sieht man sie aus dem Wald kommen. Diesen Wall, den man dort erkennt, der in diese Richtung geht. Ich befinde mich im Moment dann auf ehemaligem römischen Gebiet. Auf der anderen Seite, wo heute Gießen, Wetzlar und der Rest im Norden von Deutschland liegt, war früher Germanien. Hinter mir sieht man ihn jetzt, dem berühmten Limes. Der Limes war wie folgt aufgebaut. Man sieht das hier ganz gut auf der Tafel. Es gab zunächst die erste Limes-Phase. Da gab es nur einen Weg mit Holztürmen. In der zweiten Limes-Phase wurde zusätzlich eine Palisade gebaut. In der dritten Limes-Phase wurde der Holzturm durch einen Steinturm ersetzt. Und in der vierten Limes-Phase gab es zusätzlich einen Wall und einen Gaben. Die Palisade ist natürlich mit der Zeit verschwunden. Die Holztürme sowieso. Die Wege wurden überwuchert. Was übrig geblieben ist, ist der Wall, den man hier sieht. Und Überreste von Steintürmen. Hier sieht man zum Beispiel einen von Steintürme. Die Türme waren dann natürlich auf römischem Gebiet. Man kann sich das so vorstellen, dass das hier der Weg war. Natürlich jetzt nicht in der Art und Weise, aber so ungefähr, wo die Römer patrouilliert sind. Sie hatten ihre Stationen in den jeweiligen Türmen, die alle paar Kilometer standen. Zwischendurch gab es ein sogenanntes Kastell. Ganz bekannt ist ja hier das Römerkastell, die Saalburg. Und dann kam der Wall und auf der anderen Seite war dann Germanien. Hinter mir sieht man ganz schön den Querschnitt vom Limes. Der ist hier einmal durchgeschnitten. Praktisch für den Weg, der irgendwann mal hier gemacht worden ist. Dort, wo ich jetzt stehe, war Rom. Auf der Seite war das wilde Germanien. Hier im Hintergrund hört man heute die Jäger sind hier unterwegs. Soviel erstmal hier aus Lich, vom Limes als Einstieg. Falls euch das Thema mehr interessiert, ich habe unten in die Videobeschreibung ein paar Links gepackt, wo es Informationen gibt zum Limes an sich, zur Geschichte und auch zu den Wanderwegen hier, zu den Radwegen. Falls es euch interessiert, kommt mal gerne vorbei, wenn ihr in Hessen wohnt oder falls ihr mal in Hessen seid. Wir machen jetzt erstmal einen Cut und gehen dorthin, wo es hier auf diesem Kanal wirklich drum geht, und zwar nach Osteuropa. Zuerst geht es bei mir um Exklaven und Enklaven, und zwar am Beispiel Königsberg Kaliningrad. Ich habe mich an den Punkt begeben, wo Polen, Russland und Litauen aufeinander treffen. Dafür klickt einfach auf das nächste Video dieser Reihe. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch. Bekommentiert fleißig und bis demnächst. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch. Bis dann! Bis dann. Bis dann! Vielen Dank.